meine damen und herren willkommen im video heute drehen wir eine food tour im olympiastadion mit dabei hertha hooligan buddha jones und diese arme aufschneidest blau weiß und hier schwarz und weiß ist meine stadt der berlin ist meine stadt hertha bsc in berlin an der spree gibt es mit dabei seko ich bin auch dabei die welt ist nicht glauben aber im olympiastadion gibt es sogar ein dünner niemals habt ihr bock auf dünner ich hab bock auf eine bockwurst jungs das war keine lüge ne es gibt wirklich ein hockey hier im olympiastadion diese augen haben jetzt wirklich alles gesehen ja hier gibt es sogar dünnerläden ich meine kein gibt so ein dünner stand bei damen und herren unser dünner spieß ist ready an jedem spieltag gibt es hier dünner am hertha stadion wie viel dünner pro tag gehen hier über die theke 500 er wird nähert aber wir sind da alle drei soßen zack es muss ganz schnell gehen am olympiastadion ne weil die leute haben hunger und warten rotkohl eisberg zack 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 und das meine damen und herren ist der schnellste dünner mann in berlin wow dankeschön was sagst du jackson das sieht aus wie ein dünner ne warte du hast ein bisschen knoblaubsauce das ist einfach der typische berliner dünner bruder ab heute geht es nicht mal zu meinen lieblingssöhner ich komme hier unsere stadion tour geht weiter jetzt essen wir indisch alle berliner kennen diesen laden amrit ist der berühmteste inder in ganz berlin ich glaube sogar auf der ganzen welt in berlin an der spree gibt es nur unser butter chicken ist breit meine damen und herren dankeschön einfach butter chicken am olympiastadion diese augen haben jetzt wirklich alles gesehen das sieht sogar sehr gut aber ich glaube das schmeckt auch krass hähnchen reis indien wir sind da es schmeckt besser als im laden bruder unsere stadion tour geht weiter meine damen und herren dieses video wird gesponsort von foodmob foodmob ist eine app rund um den fußball in der ihr alle ergebnisse alle news rund um die fußballwelt erhalten könnt unter anderem auch für die zweite bundesliga heute steht das spiel hertha bsc gegen magdeburg an hertha ist aktuell 8er und magdeburg 12 es ist ostderby time wir sind gerade live vor ort im olympiastadion ihr könnt mit foodmob ebenfalls das spiel über den live ticker verfolgen eine sehr sehr coole funktion bei foodmob ist ihr könnt jetzt eure lieblingsmannschaft anwählen ihr wisst alle ich bin gala fan aber heute wählen wir hertha bsc aus hier habt ihr eine perfekte übersicht über hertha bsc aktuelle news wie zum beispiel transfers und verletzungen tabelle kommende spiele und alle statistiken über hertha bsc findet ihr hier also alles was das fußballerherz begehrt zudem könnt ihr auch euren lieblingsspieler favorisieren wir wählen hier meinen lieblingsspieler von hertha bsc fabian reese aus weil er sehr jünger ist eine maschine ihr habt ihr wirklich alle infos über ihn größe alter trikot nummer marktwert der gas einfach 4,2 million wird alter ich wusste das gar nicht 18 spiele 4 tore und vier vorlagen auf details wird bei foodmob auf jeden fall wert gelegt foodmob ist eine hochmoderne fußball app die für fußball fanatiker perfekt konzipiert ist wenn ihr nichts über die aktuelle fußball welt verpassen wollt dann ladet euch foodmob auf jeden fall runter unten in der video beschreibung ist die app verlinkt vielen dank an foodmob für die kooperation und weiter geht's mit dem video berlin burrito company hi wie geht's gut und schmeckt super eins da wirst du jetzt wow 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 unser burrito wird hier zubereitet avokado kommt hier drauf ein bisschen salat ist das mexikanische dürüm zunda kann man sagen mexikanische dürüm so ist das endprodukt wir sind da der klassiker wenn man im stadion ist eine brezel ist dann wo die geht ist dann wo die geht wir haben gehört dass die besten drehzellen am olympiastadion ja guck mal guck mal guck mal bekommen wir frisch aus dem ofen schön mit käse es sieht aus wie ein smiley ein stadion besuch ohne krebs ist kein stadion suchprodukt frisch gepresster orangensaft mit ich kenn sowas nicht dicker krebs mit apfelmus ist ein traum perfekt danke das ist der krebs aller köks ich bin ein berliner und das schau mal das ist ein game changer es ist ein game changer wie fabian rese und jetzt essen wir vegane hotdogs erstmal schuss senf dann kommt ein schuss ketchup drauf aber röstfübeln ein paar saure gurken und das war es auch schon nur wegen dir bin ich hier mein baby ich hätte niemals gedacht dass man am olympiastadion so gut essen kann alter es gibt dir sogar süßigkeiten stand in berlin an der spree ganz wichtig ohne gelatine guckern guckt euch mal diesen stand an dicker gelb aber gelb aber ich mache nur zwei stück rein ist teuer nein ich bin gekommen was macht er heute gewinnt hao he wir sind da meine damen und herren das spiel startet und guckt euch mal an was denn der ostkurve los ist berlin brennt wow was passiert da ich war schon in sehr vielen stadien aber so ein feuerwerk habe ich noch nie gesehen alter die magdeburger fans sind crazy 1 zu 0 für magdeburg ich gehe nach hause warum ich habe es gesehen abonniere ja 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 Run, 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 geht raus, ja, beibebe! Ab nach Hause nach Wack gewohnt! Berlin ist blau, weiß! Probe! Freunde, es ist Halbzeitpause, das heißt, wir tun uns was zu trinken. Was kriegst du von uns? 25, 40. 25, 40. Meine Damen und Herren, wir haben hier AK außer Kontrolle. Was sagst du im Spiel? Schlechtes Spiel. Schlechtes Spiel. Wie schlechtes Spiel? Schlechtes Spiel. Schlechtes Spiel. Endergebnis. Endergebnis. Und das war AK außer Kontrolle. Erstmal Spaß beiseite. Ich hab sowas noch nie in meinem Leben erlebt. In diesem Fußballspielen ist heute alles passiert. Jungen, du bist so eine kleine Sau. Du bist so eine kleine Sau-Räse. Ich liebe dich, Junge. Fabian, du bist mein Atze, Digga. Habt nach Hause, habt auch einen langen Weg für euch. Meine Damen und Herren, willkommen zum Ende von diesem Video. Ich hoffe, wir haben viel Spaß. Wir hatten sehr viel Spaß, oder Jungs? Ja, Mann. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gib dir das Video gerne einfach nach oben. Abonniert den Kanal, wird uns sehr, sehr erfreuen. Laden Foodpop über den Link in der Videobeschreibung herunter. In diesem Video würde ich sagen, ciao und kakao!